Guten Tag, mein Name ist Retalia. Ich habe dieses Spiel Ano 4104 geschenkt bekommen und mich hatte dieser Editor interessiert, wo ich dann auch meine eigenen Ano-Karten machen kann. Ich habe das Spiel aber leider über Steam bekommen, was uns leider eigentlich ganz gut ist, aber darüber funktioniert der Card-Editor nicht. Und wenn ich das installiere, kommt natürlich eine Fehlermeldung. Und wie das funktioniert, dass ihr den installieren könnt und auch nutzen könnt, ja, da könnt ihr entweder googeln, da werdet ihr auch nicht weit kommen. Ihr werdet nur diese einzige Möglichkeit finden. Es gibt halt auch keine Videos dazu, deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich mal eins. Ihr könnt zwar versuchen, wenn ihr gut genug Zeit, das hier über diese Hilfe zu finden, über einen Register-Schlüssel-Editor folgende Keys erstellen, den installieren, den extra-diert, den nächsten K anlegen und da HK, lokal, Maschinen, bla 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 bla, das alles anzulegen. Ja, gut. Jetzt möchte ich das Tutorial nicht beendet. Ich möchte das nämlich für welche Macht die das nicht verstehen. Darunter habe ich auch voll gezählt. Und ich möchte das gerne in langsamen Schritten machen. Also bitte, wen das stirbt, der kann ja gerne das Video vorspulen zu dem Punkt, wo er meint, das ist für ihn, ähm, ja, wenn ich halt zu langsam bin. Okay. Also, Schritt eins. Ihr ladet euch mit Anu Version 1.3 herunter. Sollte eigentlich Steam machen, wenn ihr die Updates drin habt. So. Dann ladet ihr euch über das Internet, über entweder Chip online oder sonst was, ähm, die Anu 1404 Entwicklertool, Excel herunter. Wenn ihr das gemacht habt, installiert die. Dann installiert ihr das, ähm, und ja, und habt erstmal auf dem Computer. Ähm, um die richtig zu installieren, geht ihr bitte dann in euer Steam, geht auf Bibliothek, geht auf das Anu 1404, also jetzt nicht das nicht drin, sondern das Anu 1404. Rechtsklick, geht auf Eigenschaften, das findet ihr hier unten. Wenn ihr das gedrückt habt, öffnet sich dieses Fenster. Dort geht ihr auf lokale Dateien. Dann auf lokale Dateien durchsuchen. Jetzt müsste sich euer Anu Verzeichnis ablösen. So, hier sind die ganze Spielverzeichnisse drinne. Und für uns ist so wichtig gleich diese Excel-Parteien. Und der Tools-Ordner. Also den müsst ihr haben. Schreibt mir nicht in die Kommentare, ihr habt den nicht. Mhm. Okay, wenn ihr da drauf drückt, ist der bei euch nicht so überladen wie bei mir gerade. Das liegt nämlich daran, weil ich den Editor schon erfolgreich installiert hab. Ja, daran seht ihr auch, dass es klappt. Ihr habt hier nur dieses Benchmark drin und Alureb und ja. Aber das wird euch jetzt hier fehlen. Hier schmeißt ihr bitte euer Entwicklertool extra rein. Und wenn ihr das von hier aus jetzt einfach installieren würdet, würde eine Fehlermeldung kommen. So, um diese Fehlermeldung zum Gehen fange ich jetzt das Tutorial an. Das könnt ihr zur Seite schieben. Ähm, erster Schritt, den ihr macht, das schiebe ich auch mal zur Seite, brauchen wir jetzt nicht. Je nachdem, welches Windows ihr habt. Ich habe Windows 8. Dann geht ihr auch suchen. Die Suche Windows 8 findet ihr, wenn ihr mit der Maus in die oberrechte Ecke geht. Da findet ihr eine Lupe. Da drückt ihr bitte drauf. Und gebt in diese Zeile das ein. Direkt. Edit. Okay. Aber zusammenschreiben bitte. Dann öffnet sich so eine Art, ähm, ja hier, dieser Klotz da oben, so sieht das aus, wie so Würfel. Da drückt ihr dann drauf. Und alle, die jetzt ein anderes Windows haben oder so, unten links unter, wo auch Start steht und so, unter der Passleiste, dort auch suchen gehen. Auch Regedit eingeben. Logisch. Das hier unten, das kommt dann für gleich. Gut. Ja, dann öffnet sich jetzt dieses Fenster. Kann so aussehen, kann aber auch so aussehen. Als erstes geht ihr dann auf Hakei Lokalmaschinen. Dort drückt ihr, ah, doppelklick drauf. Dann öffnen sich hier jetzt ganz viele Fenster. Also, was heißt viele? Also noch nicht viele. Da geht ihr jetzt auf Software. So, und unter diesem Softwareordner sind wir jetzt dort. Wie wir es hier im Tutorial sehen. Hier wird das ja auch angegeben. Lokalmaschinen, da sind wir jetzt drauf. So, jetzt auf Software. Danach suchen wir. WoW. Kann man sich ja leicht merken, wie man auf Warcraft. 6432. Der findet man ein bisschen tiefer. Bei mir direkt unter Minderer. Sollte eigentlich alles alphabetisch ein bisschen angeordnet sein. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr natürlich in der Auto drauf. Ich mach das jetzt nochmal. Dann findet ihr zu viele Game-Verzeichnisse. Ja, und als nächstes suchen wir den Ordner Ubisoft. Okay? Hier hat er einen Schreibfehler gemacht. Also, das werde ich gleich auch nochmal korrigieren da rein. Das dürft ihr so nicht reinschreiben. Danach sucht ihr Ubisoft. Das sollte sich relativ, das ist dann für später, aber jetzt unwichtig, das solltet ihr relativ unten finden. Ich hab's jetzt hier. Wenn ihr den Ordner öffnet, so, dann findet ihr jetzt eure Spiele da drin, falls ihr Spiele habt. Also, andere, ja, generell. Ansonsten ladet euch ein Free-Spiel runter oder eine Demo, dass dieser Ordner auf jeden Fall erstellt wird. So. Oder es kann auch sein, dass er über den Launcher direkt erstellt wird. Ja, Anno-Ordner solltet ihr die nicht kennen. Das ist jetzt hier natürlich falsch geschrieben. Ihr müsst das jetzt so schreiben, wenn ich's geschrieben habe. Ich hab euch das jetzt auch schon mal hier bereit gemacht. Ich mach euch das in die Videobeschreibung. Die muss nämlich die Leerzeile zwischen sein. Und wenn dieser Ordner bei euch vorhanden ist, was ja eigentlich dann noch nicht sein sollte. Okay. Also, genau deswegen machen wir das ja, dass da vorne ist. Wir machen jetzt hier drauf einen Klick, dass das blau umrandet wird. Und rechtsklick, gehen dann auf Neu und auf Schlüssel. Also, ich mach nochmal. Rechtsklick, Neu, Schlüssel. Steht ganz hier oben. Diesen Ordner benennt ihr, wie ich es euch geschrieben hab. Anno 1404, dann solltet ihr, ich mach den jetzt mal weg, diesen Ordner hier haben. So. Nicht wundern, das müsst ihr nicht reinschreiben. Das ist hier die Version, die ihr braucht später für Anno. Das lädt euch alles Steam oder Ubisoft oder weiß ich nicht was runter. Also, diese Dateien, da pusht ihr auch nicht rum, aber die dürft ihr jetzt noch gar nicht haben. So. Ihr habt jetzt nur den Anno-Ordner und hier das Standard. Ja. Unter diesem Anno-Ordner müssen wir einen neuen Ordner anlegen. Den hab ich euch auch beschrieben. Der heißt so. Okay. Den legt ihr bitte an. Dann geht ihr jetzt auf euren Anno-Ordner, macht Neu, macht wieder Schlüssel und schreibt dort rein diesen Namen. Doppelklick dann. Äh, Rechtsklick meine ich. Rechtsklick. Umbenennen. So. Und dann schreibt ihr das hier rein. Jetzt direkt. Okay? Gut. Wenn ihr das reingeschrieben habt, dann gehen wir in dieses Fenster. Dann interessiert uns das jetzt erstmal hier nicht. Macht Rechtsklick. Geht auf Neu. Ihr dürft ja auch nur das Standard stehen haben. Geht auf Zeichenfolge. Wenn ihr da drauf drückt, sollte auch ein rotes AB kommen. Und jetzt, ähm, schreibt ihr das rein, was ich hier reingeschrieben habe. Einmal den Excel-Pfad. Ich schreib euch das hier dann auch nochmal rein. Der Excel-Pfad ist bei mir natürlich jetzt auf G. Ich weiß nicht, wo ihr es hin installiert habt. Auch auf C oder G. Da müssen wir gucken. Das ist der Installations-Pfad von Steam. So, den findet ihr, wenn ihr wieder hier auf, ähm, Rechtsklick-Eigenschaften, das, was wir gerade am Anfang gemacht haben. Und dann kommen wir nämlich dann wieder hier in unser Fenster. So, jetzt habe ich hier mal ein ganzes Spiel. Ähm, geht hier auf Ano-Exo. Rechtsklick. Geht auf Einschaffen. Ja, dann öffnet sich dieses Fenster. Und hier habt ihr euren Pfad. Da müsst ihr den nicht rein schreien per Hand. Den kopiert ihr euch. Und, wie ich mal, okay. Das ist natürlich alles hier irgendwie geschlossen. Herrlich. Ähm, Moment. Ja, so. Den kopiert ihr euch. Und wenn ihr den kopiert habt, dann doppelt hier unten drauf. Auf euren Wert. Und einfügen. Also, das ist OV dann, ne? Oder halt so. Ähm, ja. Ja, diesen Wert, das ist der installier. Also, das müsste dann hier oben stehen. Das müsst ihr so benennen. So. Umbenennen einfach. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schreibt ihr das hier rein. Installier. Ich schreibe es jetzt nicht nochmal komplett aus, weil dann habt ihr es ja doppelt. So. Dann erstellt ihr nochmal eine Zeichenfolge. Die benennt ihr wie den Wert. Der Unterschied. Wir machen jetzt hier noch einen Schrägstrich rein. Schrägstrich macht man mit Alt-Gr. Und wo haben wir es? SZ. Also da, wo auch das Fragezeichen ist. Okay. Daneben schreibt ihr eure Echse rein. Diese hier. Umbenennen. Kopiert das komplett. Und fügt das hier neben. Und bestätigt mit OK. So. Wenn ihr das beides gemacht habt, dann solltet ihr das so haben. Hier oben die Echse. Da drunter den ganz normalen Installationspfad. Okay. So. Um Sicherheit noch zu haben. Eigentlich sollte das jetzt gehen. Kann man jetzt noch in den Installordner. Aber probiert das erstmal so aus. Sonst mache ich euch noch ein Tutorial. Ich möchte das jetzt nicht übergreifen. Wir können das hier wieder schließen. Oder beziehungsweise wegmachen. Jetzt. Der letzte Schritt. Ihr geht wieder auf Tools. Probiert es zu installieren. Jetzt kommt die Sache. Nach zwei oder drei Fenstern. Wird ihr euch das installieren? Und dann aber wohin? Ja. Das ist dann das nächste große Rätsel. Ihr schmeißt euch das jetzt nicht hier rein. Wie bei mir. Sondern eventuell in den Goobie-Soft-Wortner. Da könnt ihr entweder googeln. Oder ihr schreibt mich an. Oder ihr gebt hier rechtsklick drauf. Also ich gehe hier rechtsklick drauf. Ihr könnt das ja nicht. Ihr habt das ja noch nicht. Aber ich klicke euch mal den Namen ein. Und den gebt ihr auch mal unter Suche ein bei euch. Dass ihr hier im PC sucht. Irgendwo wird das sein. Diese Echse. Und in dieser Echse. Also nicht in dieser Echse. In diesem Ordner. Wenn ihr den findet, wo diese Echse drin liegt. Sollte wahrscheinlich auch der Rest sein hier. Das kopiert ihr euch alles. Also nehmt euch alles mit, was in dem Ordner ist. Kopiert euch das. Und werft das hier in euren Stil-Ordner. Unter Arme und Tools. Wie ich jetzt gemacht habe. Das sollte dann alles da drin sein. So, da der Editor nicht wirklich groß ist. Werde ich den auch mal ganz schnell erklären. Dann hat man das alles in einem Video. Dann zeigt ich mir auch gleichzeitig, dass es funktioniert. Ihr drückt jetzt hier auf die World Editor Sache. Jetzt lebt ihr. Jetzt kriegt ihr hier so ein Lizenzfenster. Da drückt ihr drauf. Dann öffnet sich euer World Editor. Und ja, sieht übersichtlich oder unübersichtlich aus, wie man es nimmt. Jetzt gehen wir hier oben auf viel oder hier auf neue Map. Hier haben wir die Kartengröße. Ihr solltet die schon relativ groß machen. Wenn ihr natürlich mehr Inseln wollt. Das könnt ihr lassen theoretisch. Weil, keine Ahnung, ihr stellt das aufs Spiel ein. Hier gebt ihr Name ein. Meine Map. Hier könnt ihr noch den Text eingeben. Hier theoretisch ein Bild. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Hier geben wir einen Nordstaat und Südstaat. Drücken OK. Jetzt haben wir hier mit dem Mauswappen jetzt U. Das ist die Schriegansicht der Karte. Das ist die Wasserfläche. Und das ist außerhalb der Spielzone. Die äußeren Dreiecke. So. Ja, ich hoffe, das ist alles auf dem Bild. Also das ist Hume, ne? Ja, hier oben haben wir dann Player 0, Player 1, Paragraphen. Hier können wir jetzt Zoom am Player eingeben. Hier können wir eingeben, hier Helena. Und, ja, noch wen. Ja, jetzt können wir hier zum Beispiel Helena eine andere Farbe geben. Ist jetzt natürlich total uninteressant. Hier unten haben wir die Arenalen und hier die Ressourcen. Und dazu kommen wir gleich auf. Jetzt erstellen wir meine Insel. Da gehen wir auf das Plus. Jetzt haben wir hier schon mal ein paar Inseln zur Auswahl. Wie ihr seht, das sind Anbaupflanzinseln, also die, die ihr erobert, wo ihr euer Land baut. Dann gibt es noch die, ähm, wichtigen Inselgruppen. Das ist der, ähm, Startgebiet. Da habt ihr drei zur Auswahl. Ich platziere jetzt mal eins. Das kann ich jetzt mit der Maustaste hier bewegen, wo ich sehen haben möchte. Jetzt sagt man in die Mitte. Jetzt kann ich zoomen und wegzoomen. So, das ist jetzt das Startgebiet. Hier könnt ihr natürlich jetzt nichts anbauen. Ist ja im Spiel nichts anderes, ne? So. Drehen tut ihr das. Wenn der Rand gelb ist, bedeutet, ihr habt es markiert. Dann könnt ihr das hier oben an den beiden blauen, nochmal runter machen, an den beiden blauen, ähm, Richtungsdingern drehen. Eure Karte. Nach links und nach rechts. So. Jetzt können wir natürlich noch eine andere Insel zufügen. Dann nehme ich jetzt mal die hier einfach. Da sieht man mal so den Größenunterschied. Die kann ich jetzt platzieren, wo ich will. Kann auch weggehen und die ganz nach oben platzieren. So. Ja. Als nächstes brauchen wir noch ein Sword Island. Das ist halt eine Wüsteninsel. Die kann ich jetzt mal hier unten platzieren. Hier. So. Dann brauchen wir natürlich noch, äh, eine Schurkeninsel. Die kommt dann hier hin. Dann, ja, die, was heißt Schurkeninsel, ähm, das ist ja vielleicht gleich. Ähm, jetzt brauchen wir noch ein Sword Island. Da platziere ich jetzt Start 1, Start 2, Start 3. Das ist jetzt hier vom Sultan. So. Da können wir natürlich auch nichts draufbauen. Ist auch logisch. Was schade ist, dass man nicht, ähm, so Schiffe, etc. machen kann, weil man sich selber Inseln gestalten kann. Irgendwann man kann nur die vorgegebenen hier machen. Ich kann nicht sagen, ob es dafür einen Editor gibt. Weiß ich leider nicht. So, jetzt geht's ums Platzieren kurz. Ähm, ihr klickt die Insel an. Und habt hier so Felder. Diese Felder zeigen euch an. Ähm, wo war das? Was ist für Ressourcen? Ja, genau, hier oben. Passt auf. Klicke ich das an, ähm, kann man hier, ähm, Ressourcen finden. Klicke ich das an, hat man natürlich eine viel größere Auswahl. Und das ist natürlich das ganze Inselgebiet hier, deswegen. Und wenn ich jetzt hier, ähm, Doppelklick mache, auf dieses graue Feld, dann habe ich hier ein Fenster. Kann jetzt hier angeben, Kupfer, Eisen, Gold und Steine, etc. Ich mache jetzt mal Gold. Dann gebe ich jetzt den Kaufwert ein. Hier wiegt sie Maximum, Minimum. So, und jetzt sehen wir hier rechts, haben wir Gold. Auf dieser Insel komplett. Hier. Sonst hat die Insel nichts. Ja. Jetzt kann man noch angeben, ähm, das ist wirklich Wien-Vorkommen. Jetzt kann man hier noch angeben, was die Insel sonst noch so getragen soll. Datteln, Rosen, ähm, Kampf. So. Und jetzt wird das natürlich auch hier angegeben. Kampf, Rosen und so weiter. Ja, gut. Und wenn ich das angebe, hier oben sieht man den Suchbarheitsbalken, zum Beispiel, ich gebe jetzt hier noch ein bisschen mehr an, dann wächst dieser Balken. Und hier kann ich noch die Hauptmenge noch mal angeben, von allen. So. Count ist natürlich die Größe, die Speichergröße, die Kapazitätgröße. Und jetzt gibt es hier noch das Lichtverhältnis. Dann haben wir das, das kann man jetzt hier nicht ändern, dann haben wir hier, ähm, den nächsten Typ, das will ich euch dann mal zeigen, das ist der Guleas Island, Cousin Island, und deswegen habe ich ja gesagt, ähm, man war hier unten Feind hin, die gehen wir auf Cousin Island. Und, ja. Gut, so viel mehr hat dieser Gute jetzt nicht zu bieten. Jetzt kann ich hier noch mal eine Liste aufrufen, hier oben, indem ich hier unten drauf drücke. Ja. Ähm, das waren die Island-Datas. Hier kann ich noch was angeben, ähm, den Bullying-Count, aber, mich auf eine Insel drücken für. Aber so wirklich, ähm, ist das jetzt nicht so der Bringer dieser Editur, weil man kann wirklich nicht viel machen. Also ich weiß nicht, was einige Seiten geschrieben haben, aber, ne. Ja, um das zu spielen, gehen wir dann an zum Schluss hier oben auf Pfeil, dann, oder viel, oder, dann auf Net-Prozess, also hier drauf, auf Save, jetzt müsst ihr dann nur noch gucken, sind das, wohin er die speichert, und mal antesten, ob er die gemacht hat, ansonsten müsst ihr noch mal ein Video machen, nicht, dass er das irgendwo in einem Ubisoft-Ordner speichert, und ihr das über Stream abrufen wollt, eure Karte, und das funktioniert dann nicht. Ja, okay, damit danke ich mich für das Video, bei Fragen bitte melden, und schönen Tag noch.